Hallo ihr Lieben, willkommen zurück. Ach ja, was ein herrlicher Minecraft-Tag. Ich dachte mir, ähm, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Achso, ich dachte mir, wir machen jetzt mal ganz fix einfach mal die... Ach ja, genau, die Bahn zu, ähm, zu unserem, äh, wie heißt es dann, zu unserer Miene. Weil, ich hab mir nämlich was ausgedacht, wie ich das machen könnte mit dem Zaun. Also ich würde ja gerne auf jeden Fall einen Zaun haben, weil ich irgendwie in letzter Zeit, wenn ich ab und zu mal hier irgendwie was gemacht hab, ne, hier zum Beispiel dem, dem Körnchen, der auf dem Feld zugeguckt hat beim Wachsen, äh, dann ist es mir um und zu passiert, dass ich... Was wollte ich jetzt... Oh, wow, da wollte ich gar nicht raus. Dass ich Zombies auf unseren Gleisen hatte und das ist irgendwie nicht ganz cool, weil dann hält man die ganze Zeit an und das ist nervig. Deswegen würde ich da auf jeden Fall einen kompletten Zaunchen drum machen. Ähm, ja, wir haben kaum ein Dschungelholz, sehe ich gerade. Dschungelholz. Ja, und da hatte ich mir nämlich was überlegt in meiner Testwelt, aber das, ähm, zeige ich euch dann. Dann werde ich das einfach so machen. Da müsst ihr auch nicht ewig zugucken, weil das wird wahrscheinlich eine Weile dauern, bis wir da, ähm, hier alle Schienen da mitgemacht haben. Wo, 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 wo ist das denn Katze? Sieht jemand unser, unsere Schacht? Wo ist der denn? Ach, da hinten. Das habe ich jetzt irgendwie nicht gesehen. Dö, dö, dö. Ich gehe da mal wieder drauf. Bisschen nervig sind die Ranken hier schon. Die sind so anhänglich. So, dann gehe ich hier um die Ecke. Ne, ich gehe noch eins vor. Ah! Ja, das meine ich mit dem anhänglich. Man rutscht irgendwie dann immer an den, äh, an den Ranken da so hin und her, habe ich das Gefühl, so klitschi. Klitschi. So, dann gehen wir hier rüber. Ich würde sagen, einfach mal über den See drüber. Das ist doch, glaube ich, ganz cool, oder? Mal hier ein bisschen Schlangenlinien fahren, ist ja auch nicht schlimm. Könnten auch eigentlich so schräg rüber gehen. Ich hatte hier so, warte mal, das wäre doch eigentlich eine Idee, oder? Dass wir dann... Oh. So, irgendwie. Ah! Wie komme ich jetzt da hoch? Muss ich den Baum kaputt machen? So, so. Dass sich das nicht immer direkt mit... Oh. Dass sich das nicht immer direkt einsammeln lässt, mittlerweile mehr. Toll. So, so, so. 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 So und so. Jetzt sind wir über dem See. Jetzt können wir da so rüber. Oder machen wir hier noch einmal rüber, ja. So. Und dann gehen wir hier rum. So. Ich hoffe, das geht dann so. Müssen wir gleich mal gucken. Ich dachte gerade, was läuft da denn rum für ein Viech? Ich würde hier auch gerne noch eins hoch gehen, irgendwie. So, irgendwie. Du, 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 du. Ich weiß, das ist gerade sehr, äh... Spannend. Wo, wo, wo müssen wir überhaupt hin? Geht's hier noch mal eins hoch? Da rüber müssen wir, das heißt, wir müssen hier wieder irgendwie schief. Ei, holzleer. Schief. Ich hoffe, dass das nicht so ausgeht. Das ist auf jeden Fall... Wow. Ich muss euch ja erzählen. Ich hab ja ultimativ cooles Video gesehen, ne? Ähm. Müssen wir eigentlich noch höher? Weiß ich jetzt gerade nicht. Ich weiß nicht, ob wir das gerne... Es gibt, ähm... Ja, so Leute, die machen, ähm... Gerne mal so... So Rollercoaster, also so Achterbahnen, ne? In Minecraft und die meisten finde ich eigentlich gar nicht so cool. Ich meine, klar ist das im Prinzip alles ziemlich cool, so. Ähm. Aber... Ich habe da eine gesehen. Ha, ha, ich rutsche schon wieder in den Tranken rum. Am Wochenende. Die ist wahnsinnig cool. Also, ihr müsst mal nach Beetlejuice gucken. Am besten Beetlejuice Rollercoaster. Ich war so beeindruckt. Ich bin aus dem Staunen gar nicht mehr rausgekommen. Wahnsinn. Wirklich Wahnsinn. Jetzt habe ich direkt wieder das Lied im Ohr. So ein Ohrwurm. Beetlejuice. So, gleich sind wir da. Wie wir da jetzt reingehen, das weiß ich jetzt auch nicht. Das weiß ich jetzt auch noch nicht so genau. Jetzt im Moment. Wir können ja auch einfach auf dem Dach und dann eine Treppe runter machen. Weiß ich jetzt auch noch nicht so genau. Gehen wir erstmal hier irgendwie hin. Na? Gut. Das stockdunkel ist es schon wieder. Ich hoffe, dass das hier alles so... ...läuft, wie ich gerne hätte. Ich würde jetzt gern fliegen können. Da, 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 da. Machen wir hier noch das Sternchen weg. Ba, 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 da. Und dann haben wir alles mit Bahnen voll. Von oben bis unten. Können wir alles mit Bahnen laufen. Ich habe ja noch so viel vor. Oh je. Das Gute ist, dass wir, wenn wir weitere Strecken machen wollen, dann nicht überall eine Bahn für machen müssen. Das würde ich mir wahrscheinlich auch noch zutrauen. Sondern, ähm, dass wir dann einfach einen Teleporter nehmen können. Wir haben ja den Mod installiert. Ach, abgefähr den Mod. Falls ihr es nicht gesehen habt, ich habe mir noch einen Mod installiert. Haha. Mit Inneneinrichtungen. Also total cool. Es ist ziemlich klein, aber es ist total süß. Man kann Stüfe, ja. Stühle und Tische machen Stüfe. Ist das neue Wortkombination aus beidem Stüfe. Und Lampen, leider sind die Gold. Das ist ein bisschen schade. Ich hätte eigentlich gerne Ungold, ne. So weiße oder graue oder so wären cool. Gewisse haben wir Gold. Naja, man kann nicht alles haben. Bücherregale, Trankregale, Regale, Regale. Total cool, süß, klein, schnuffig, gemütlich. So, jetzt können wir mal kurz schlafen hier. Ich frage mich gerade, wieso höre ich eigentlich noch nichts? Ist das doch auch normal, oder? Ist da irgendwas auf dem Feld? Ja, okay. Guten Morgen, liebe Welt. Und wir machen uns auf jeden Fall bald. Es gibt da ein Cookie-Glas. Das müssen wir uns auf jeden Fall machen und in jede einzelne Küche stellen. So, Schienen. Ich höre die Zombies brennen. Schienen. Wir brauchen, ah, wir brauchen diese Rampen wieder. Wie macht man das nochmal? Carpenters Block heißt das. Okay, Sticks und ein Holz in der Mitte. So, wow, das hat, glaube ich, gar nichts gebracht. Wir haben die nämlich, glaube ich, drüben liegen. 16, oh ja, das sind ja doch Tage geworden. So, was wollte ich denn machen? Wir brauchen Rampen. Sticks und quer. War ja klar. Ich hasse das. So, das waren ein paar Rampen. Holz haben wir noch. Schienen. Ähm, ah, wow. Eisen und Sticks in der Mitte. Wir haben gar keine Sticks, ne? Sticks. Wir brauchen mehr Schienen. Können wir auch einfach mal das hier nehmen. Das Holz ist eh hässlich. Ups, irgendwie in dem Tektorenpaket. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie eine Art Neigung gegen das Birkenholz. Sticks und... Okay, machen wir das erstmal so und dann können wir mal gucken, was wir noch brauchen. Schienen haben wir jetzt dabei. Okay. Gucken wir nochmal kurz, wie wir das da bei uns unten gemacht haben mit den... Hoppfeilern. Wir haben da... Ah, ja. Okay. Mhm, ich verstehe. Ihr versteht auch, ne? Klar. So, Schienen. Antriebs Schienen. Na, das Holz da weg. Das Ding. Ach, Redstone Fackeln. Können wir ja auch direkt mal mitnehmen. Haben wir noch welche? Ah, klar. Jetzt muss ich die Axt aber... Das ist... Das Inventar ist einfach zu klein. Ach so. Ich bin auch ein Idiot. Manchmal. Manchmal funktioniert das mit dem Denken nicht so ganz. Ich würde sagen, wir machen hier mal eben eine Fackel rein. Da. Das war... Ja. Ich brauche einen Staubsauger. Oh. Eine, zwei? Machen jetzt hier mal eine hin, weil dann mache ich nämlich... Huch. Oder warte mal. Wir machen hier zwei hin. Hör ich hier irgendwo ein Skelett? Ich glaube. Weil dann würde ich nämlich nochmal gern... Hier, bevor wir... Mensch, hier muss die Fackel dann drauf. Hier. Ne? Ich hasse das immer hier. Unpraktisch. So, wo sind denn die... Nein, das sind die Rampen. Papa. Ja. Weg. Ich zeige euch dann gleich auch noch... Oder wahrscheinlich eher in der nächsten Folge. Wie ich mir das gedacht habe mit unserem Rahmen hier ausmachen. Aber das ist doch schon mal hier ein guter Anfang. So, wo habe ich die jetzt... Ach, da habe ich den getan. Geh mal weg hier. So. Oh, da war ein Fehler dran. Ich hoffe, wir kommen da... Durch. So hatte er aber eigentlich... Jetzt machen wir hier auf jeden Fall nochmal... Hier können wir das machen, oder? Mache ich da der Job, bitte. Brauche eine Antriebsschiene. Oh, jetzt muss ich da heil runterkommen. Autsch. Das war nicht so heil. So. Deswegen würde ich jetzt gern fliegen können. Bis da, dann könnte ich jetzt da so... Jetzt muss ich da irgendwie... Ja, klar. Mich hochbeuteln. Gern Palmen. Wieso gibt es eigentlich keine Palmen in Minecraft? Oh, und es gibt... Ups, 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 ups. Ups, ups, ups. Ich... ...hab die falsche Taste wieder gedrückt. Es gibt... Übrigens kommt bald 1.8 aus. Also... Hä? Was habe ich denn jetzt hier gemacht? Schräge Innenrampe. Keilförmige Rampe. Aha. Es ging... Ah! Das ist doch kacke. Ah, jetzt habe ich mir wieder das... Okay. Es klappt wieder. Wieso? Au! Wieso klappt denn das hier nicht? Gerade ich bin anscheinend irgendwie zu blöd dafür. So. Aber... Aha! Ernst? Wo ist denn das jetzt hier? Ich stehe jetzt hin. Ja. So. Wow, wir haben es geschafft. Oder weniger. Und hopp. Ja. Ich komme hier nirgends hoch. So. Hier dann. Und dann geht es hier hoch. Und dann würde ich sagen, hier auf jeden Fall nochmal. So vor... Nochmal direkt einem Wasser. Das ist doch ein bisschen blöd. Egal. Egal. Oder? Und dann geht es hier wieder hoch. Ich hoffe, dass wir dann hier heil durchkommen. Alles aus. Schienen aus. Ach nee, Schienen haben wir noch. Und dann würde ich sagen, hier machen wir hier wieder irgendwie eine hin. Zwischen den Bäumen. Oder zwei. Mal. Okay. Da das jetzt mal gar nicht beabsichtigt war, mache ich jetzt erstmal eine Aufnahmepause. Und gucke, dass ich da mal wieder rüberlaufe. Und versuche, meine Augen aufzumachen in der nächsten Folge. Dass wir hier dann nicht mal... Dass das einigermaßen mal normal läuft. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bye, bye.